Es geht darum, die Ice-T Limited Edition in dieses Glas zu füllen. Als erstes Team. Drei, zwei, eins, Tücher weg. Ihr dürft den Eisblock nicht auf den Boden hauen, nicht zerstören. Eins, zwei, drei, viel Spaß. Das dauert ja ewig hier so. Probeln, nicht zerstören. Das dauert ja ewig. Ja, das dauert echt ewig. Aha, auf einmal klauen sie alle die Taktik, gell? Außer die, keine Ahnung, was die machen.